Insgesamt ergibt das natürlich auch wieder 10,0 Punkte. 6,20 die Höchstwertung für die technische Ausführung, 3,20 für die künstlerische Präsentation. Aus Deutschland kommt Patricia Krafczyk. Sie startet für den TV Wattenscheid. Dort war also auch Livia Medilanski trainiert. Hier wird sie betreut. Beim Europacup in Karlsruhe, da war sie mit 33,80 Punkten 26. 16 Jahre ist die Schülerin alt. Geboren ist die Starachowitsche. Aber startet und kann jetzt starten für Deutschland. Deutschland. Ja. 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 die hier nicht am Start war bei diesen internationalen rumänischen Meisterschaften. Sandra Schick achtete in Kaltruhe. 9,00 Punkte für Patricia Krafczyk vom TV-Wattenscheid.